Nico und ich befinden uns hier in der Lehrwerkstatt Metalltechnik und Nico stellt jetzt einmal sich und seinen Beruf vor. Ich bin Nico Behrens, 16 Jahre alt und mache die Ausbildung zur Fachkraft für Metalltechnik. Und was ist an deiner Ausbildung so besonders? Erstmal, dass man bei Krone den Schwerpunkt Montagetechnik hat. Dazu kommt noch, dass die Ausbildung zwei Jahre geht. Und hier im Unternehmen, was sind da so deine Aufgaben? Zum größten Teil werden wir in den Montagelinien eingesetzt. So weit werde ich zum Beispiel in der Schwaderlinie eingesetzt, wo es verschiedene Teams gibt. Heute Morgen habe ich zum Beispiel mit einem anderen Kollegen das Fahrwerk angeschraubt. Okay, ja, dann danke für deine Zeit, dann möchte ich dich auch nicht weiter aufhalten. Tschüss, tschüss.